Diese wunderschöne und voll ausgestattete Ford Cougar ST-Line könnte schon bald vor Ihrer Tür stehen. Herzlich willkommen im Autohaus Wismar. Der Euro 6 Benziner erfüllt die neuesten Umwelt- und Abgasvorschriften. Damit sind grüne Plakette und günstige Steuer garantiert. Die großen und elektrisch anklappbaren Außenspiegel bieten beste Übersicht. Fünf Türen erlauben einen leichten Einstieg, besonders hinten. Abgedunkelte Scheiben hinten sehen schick aus und lassen die Sonne draußen. Mächtige Leichtmetallräder unterstreichen den sportlichen Charakter. Und denken Sie auf an Ihre Winterräder. Wir haben immer super Angebote. Die Behalzen vor der Sitze bieten viel Komfort und eine hohe Sitzposition. Fußmatten gehören bei uns dazu. Das umfangreiche Sicherheitspaket in diesem Cougar schützt Sie rundum mit Airbags, Nebellampen vorne, Full-LED-Licht und der heizbaren Frontscheibe. Die automatische Klimaanlage mit Pollenfilter sorgt für Wohlwaren. Zum Radio Bluetooth Navigationssystem. Für Ihren älteren Gebrauchtwagen machen wir Ihnen einen super Entzahlungnahmepreis, auch telefonisch. Mit diesem schicken und äußerst sportlichen Ford Cougar ST-Line und seiner umfangreichen Sonderausstattung werden Sie immer viel Spaß haben. Und damit nichts passiert unterwegs, hat der Wagen zwei Jahre Garantie. Auf Wunsch gerne verlängerbar. Schauen Sie doch mal rein und fahren Sie in Probe. Das Team von Wiesmann freut sich auf Sie. Besuchen Sie uns auch samstags bis 17.30 Uhr. Bei uns können Sie auf die Inspektion warten oder Ihr neues Auto gleich mitnehmen. Oh, gut, dass Sie schon anrufen.